Hallo, wir machen weiter bei Isaac Rebirth. Das letzte Mal haben wir gleich im ersten Raum Moms Messer bekommen. Moms Knife. Und... Holy shit. Was haben wir denn hier? Judgment kann man eigentlich... Ne, Moment. Judgment war der Bettler. Das ist jetzt scheiße. Den würde ich eher mitnehmen. Den würde ich dann eher mitnehmen als dem Moon. Der Hermit transportiert mich in den Shop. Ampers. Oh Gott. Oh Gott. Süßert King in Kombination mit Eternal Life ist natürlich nicht so geil, weil du hast halt nicht die... die exakte Chance, dass es gut geht. Wir haben halt nur 50-50. Boah, fuck. Fuck. Es wäre natürlich... Äh... Es wäre halt einfach... Ah... Ich weiß es nicht. Ähm... Was nehmen wir denn jetzt mit? Ich würde Judgment auf jeden Fall mitnehmen. Wo immer es jetzt ist. Da. Da ist Judgment. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann... Emperor oder Moon. Lieber The Moon, dass wir auch wirklich... Äh... Falls da Münzen sind in dem Raum, dass wir da an Münzen kämen, dann könnten wir nämlich das mit Judgment kombinieren. Ah, die Suicide-Karte. Ah, fuck. Soll ich die echt liegen lassen? Ich muss die liegen lassen. Ich kann mir das nicht... Ich kann das nicht riskieren. Wo ist denn jetzt? Okay, haben wir jetzt The Moon und Judgment? Ja. Fuck. So viele Karten und ich kann nur zwei mitnehmen. Ich meine, immerhin kann ich schon zwei mitnehmen. Das... Das hätten auch weniger sein können. Na gut. Ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden und so wie ihr euch quasi auch in... Ist das ein blauer Stein? Wäre das ein blauer Stein gewesen? Ich hoffe nicht. Äh, leuchtet so komisch. Ist das ein blauer... Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es doch nicht. Mit der einen Bombe springe ich den jetzt nicht. Und wisst ihr... Oh. Auch noch. Verflucht seist du, Ebene. Und das war sie dann auch tatsächlich. Scheiße. Scheiße. Nein, jetzt. Jetzt stirb doch mal da oben. Wahnsinn. Ah. Soll ich die Bombe dafür opfern? Ja, komm. Wir haben ja mal ein Ski. Also eigentlich haben wir die Chance auf mehr Consumables aus Kisten. Du Arschloch. Ach nee, hier. Hier in der Mitte. In der Mitte angreifen lassen. Die Ghosts. Ja. Wie viele Herzen haben wir jetzt? Ich glaube vier, oder? Ich hoffe. Shit, ey. Dass ich das jetzt nicht sehe, ist natürlich echt shitty. Hatten wir noch ein blaues? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt vier... Ich glaube, wir haben jetzt vier Herzen. Keine Ahnung. Hi. So. Schön langsam und ruhig. Dann geht das auch. Die Revengefly. Ich liebe sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Item. Nein. Okay, soll ich es riskieren? Ich verliere definitiv ein halbes Herz, aber ich könnte mich zurückporten. Nein, jetzt habe ich keine Bombe mehr. Willst du mich verarschen? Okay, mit Glück habe ich gleich eine Bombe. Ja, hervorragend. Das war das. Die können wir gleich einsetzen, denn wir nehmen sie eh nicht mit. Oder? Touchpoint nehmen wir auf jeden Fall weiter mit. Und ansonsten, the moon würde ich ja hier in der Ebene einsetzen. Dann könnte ich das Sun noch mitnehmen, müsste das Sun aber hier drin liegen lassen. Auch nicht so geil. Also werde ich das Sun erstmal einsetzen, oder? Ja, ja doch. Okay. Das sieht nach einem langen Weg bis zum Marm aus. Und da unten ist der Geheimraum. Naja, toll. Das ist also auch keine Abkürzung für uns. So, jetzt haben wir hier noch eine Karte. Jetzt haben wir the moon und judgment. Okay, so wollte ich das haben. Und was ist hier drin? Hervorragend. Und jetzt gehen wir mit dem Moon raus. Hervorragend. Denn wir haben, wie gesagt, eh kein Dingens. Äh. Eh keine Bomben. Das heißt, wir müssten uns sowieso mit dem da reinspringen. Gut, hervorragend war es jetzt allerdings nicht, denn ich habe ja auf Geld gehofft. Kommt mir gerade. Ich wollte das ja mit Judgment kombinieren. Aber hey. Ja, ich gehe erstmal weg. Da, du Feuer. Yes, yes. Zum Glück schießt das vor Lahm. Ich meine, noch schnell genug, um mich zu erwischen. Aber hey. Kann ich das eigentlich auch so? Nee. Ach, aber nee. Kann ich so quer schießen? Aha, ich kann quer schießen. Das wusste ich noch gar nicht. Card against Humanity. Na gut, nehmen wir mit. Ein Haufen, Kackhaufen erwartet uns irgendwann vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe noch meine vier Herzen, wenn ich richtig rechne. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade halt echt nicht abschätzen. Will ich zum Shop? Ich will, will ich zum Shop, will ich zum Shop? Ja, ich will schon reingucken, denn es muss kein Shop sein. Es kann ja auch was anderes sein. Oder ist, wenn es auf der Karte jetzt das Shop-Item ist, das Shop-Symbol ist, muss es dann der Shop sein? Ist es dann keine Bibliothek mehr? Wahrscheinlich ja. Aber mit vier Münzen wäre es trotzdem sinnvoll, weil ich habe ja eh Steam-Sell. Das heißt, ich könnte ein blaues Herz für drei Münzen oder so bekommen. Ich habe die Karte in der letzten Zeit gar nicht mehr eingesetzt. Äh, die Karte schon. Den Slow-Dingens hier halt. Die Spider. Oh. Okay, wir sind voll. Das ist gut zu wissen. Jetzt habe ich die Gewissheit, dass wir vier Herzen haben. Sehr schön. Nee. 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 Gut, hier liegt ein Herz rum. Merken. Wichtig. Gitt, 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 gitt. Yes, yes. Muss man sich erstmal orientieren, was das jetzt alles für Gegnertypen sind, die einem entgegengeworfen wurden. Hoi, 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 hoi. Okay, wir haben noch zwei Räume. Ach nee, und der Boss ist dann da unten. Ja, okay. Das heißt, ich kann das auf jeden Fall noch einmal einsetzen, bevor ich... Komm schon. So, und jetzt dich noch. Du gibst mir bitte was Schönes. Ja, hm, nun also. So wird es aber nix mit Judgement. Oh Gott. Wirklich. Okay, machen wir erstmal mit den Händen hier oben. Noch eine? Nein? Okay, weil der Rest sind dann wahrscheinlich nur die Viecher. Ja. Na, das passt ja. Und noch eine Münze. Na gut. Habe ich noch einen Raum? Ich hätte noch einen Raum. Ne, ich hätte noch zwei Räume. Komm, für Judgement. Ein Herz haben wir ja zum Auffüllen. Falls wir getroffen werden. Ich glaube, in dem Raum werde ich getroffen. So wie das hier aussieht. Ja. Na, den Rest macht die Fliege. Na gut. Hä? Ach, ich habe auch noch ein blaues Herz. Ja, okay. Ich kann mich gar nicht aufladen. Na gut. Das war dann natürlich trotzdem jetzt wieder ein blöder Treffer. Nie. Mach doch sowas nicht. Mach doch sowas nicht. Magician. Na gut, Judgement. Oh, auch noch der. Nee. Nee, Freund. Du nicht. Das ist jetzt natürlich blöd. Das war die interessante Frage. Habe ich jetzt noch ein halbes Herz? Ich habe immer noch das Zeug oben drin. Jetzt hätte ich natürlich gerne meine Emperor-Karte und so wieder zurück. Aber da komme ich nicht mehr ran, aber da komme ich nicht mehr ran, weil dafür müsste ich Herzen hergeben und das werde ich jetzt bestimmt nicht tun. Dann kann ich höchstens noch hier eine Bombe kaufen und hoffen, naja, das sind viel zu viele Möglichkeiten. Das brauche ich gar nicht probieren. Das brauche ich gar nicht probieren. Wir nehmen die Bombe mit. Ach, nee. Hier. Hier wollte ich sprengen. Genau. Was? 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 Habe ich überhaupt nicht gesehen? Das gibt es doch nicht! Ach so, warte mal, warte mal... Da unten kann es ja nicht sein, da drüben kann es ja auch nicht sein... Hier vielleicht, dann würde ich aber fast eher zu hier tendieren. Oder kann es doch noch da unten sein? Gerade hier, wo quasi noch nicht der Abgrund ist. Ich glaube, das ist zu weit nicht. Das ist zu nah dran. Oder drei? Ich bin mir nicht sicher. Ach, schade. Na gut, hauen wir hoffentlich Marmen weg. Ich täte mich freuen. Gucken wir mal. Oh, das war gut. Voll ins Gesicht. Puh, und HP ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Noch irgendwelche blauen... Ich habe hier keine Bomben. Brauche ich gar nicht überlegen. Brauche ich gar nicht gucken. So. Leider haben wir jetzt die ganzen Emperor-Karten und so weiter weg. Das ist halt ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Und wir haben noch das blaue Herz, das eine. Na gut. Oh, das... Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Sag ich mal. Na, da gibt's das denn. Na gut. Hm. Nicht direkt vor mir explodieren, bitte. Denn ab jetzt kriege ich immer einen Schaden. Wissen wir ja. Aber das finde ich nicht so gut. Das ist ziemlich riskant, die zu holen. Weil die kommen schon ziemlich schnell wieder. Ach, fuck you. Was war's denn jetzt eigentlich? Ach, wirklich. Man weiß ja nicht, was es ist. Fistula hatten wir ja schon mal Spaß. So ein bisschen. Okay, jetzt ist die Revenge vielleicht draußen. Naja, von mir aus. Mach du mal. So, danke. Okay, den kriegen wir. Und dich kriegen wir auch. Das Problem ist nur, ich bin verdammt lahm gegen Chubby. Aber gut. Hehe. Naja, okay, hier liegt jetzt noch ein Herz rum. Von mir aus. Schießen die auch runter? Laufen die nur blöd durch die Gegend. Ich glaube, die anderen schießen, die stillstehen, ne? Ja, wie auch immer. Oh Gott. Das sind viele. Nee, Mist. Die Revenge vielleicht ist draußen, das ist ganz gut. Aber trotzdem halt... Ach. Trotzdem auch blöd. Hm. Naja. Fuck you. Scheiße. Nein! Das ist... Ach nee, passt schon. Hier komme ich ja rein in den Raum, wo das Herz liegt. Trotzdem, Energie ist nichts zu gut. Nichts zu gut ist Energie. Nichts zu gut, gar nichts zu gut ist Energie. Überhaupt nichts zu gut. Ach, da hätte ich jetzt nicht. Naja. Naja, das war dumm. Boah, ich dachte schon. Nee, noch nicht. Huh. Ja, genau. Jetzt nehme ich nämlich erst mal das Halbe mit. Okay, die sollten eigentlich auch gehen, ohne getroffen zu werden, hoffentlich. Okay. Da liegt noch ein halbes. Ich werde jetzt nicht direkt vor dem Boss hier meinen Slowdown einsetzen, sondern erst jetzt. Hä? Oh Gott. Mach deinen Scheiß wo an. Das. Gott. Nein! Ich sehe nichts mehr. Scheiße, ich darf keinen Treffer mehr haben. Er ist down. Alter, war das knapp. Holy shit, war das knapp. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht, gar nicht gut. Oh Gott. Wir werden noch so sterben. Oh. Aber die Ebene sollte ich jetzt trotzdem eher verlassen, oder? Muss ich ja. Scheiße. Okay. Okay. It lifts Ebene. Oh. Hallo? Judgment. Bitte der Richtige diesmal. Gibt's das denn? Der World setzt mal gleich ein. Das war auf jeden Fall am schnellsten Wege. Wow. Oh Gott, der Weg. 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 Irgendwelche Herzen? Nein. Dann lasst es halt bleiben. Oh Gott, dieser Weg. Wird gar kein leichter sein. Okay, hier brauchen wir eigentlich noch nicht, oder? Scheiße. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Mist. Blinkt da noch was? Nein? Okay. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, es einzusetzen. Na gut. Nein. Komm schon. Ähm. Ja, so rum. Fähig mit dem Magician. Ah, fuck. Okay. Oh Gott. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Oh, das war... Das hätte eigentlich noch einen Hit geben müssen, aber... Spiel war gnädig. Aus dem Zweißemal. Scheiße, scheiße, scheiße. Zweieinhalb Herzen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Gott. Eui, 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 eui. Ei, 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 ei. Nein. Die sind hier. Und hier. Und hier. Und hier. Okay, in den Geheimraum. Ganz schnell in den Geheimraum bomben. Toll. Ich krieg aber keine Arcade mehr hier. Wenn ich jetzt da reinspränge, ist das auch stachelig, oder? Oder ist es... Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh! Jetzt natürlich die Suicide Cat, ne? Jetzt wäre die Suicide Cat natürlich krass. Ah, fuck it. Moment, wieso hat jetzt eigentlich auch... Wieso habe ich jetzt nur noch ein Herz? Warte. Ah, das habe ich komplett verdrängt. Die Dead Cat setzt mich auf ein Herz zurück. Die Dead Cat setzt mich ja auf ein ganzes Herz zurück. Nicht so geil. Das habe ich jetzt komplett verdrängt. Ich meine, jetzt wo wir sie haben, probiere ich auf jeden Fall den Miniboss und gucke, dass ich noch so viel raushole wie möglich. Das habe ich... Wir haben das immer nur dann gemacht. Scheiße. Wir haben das immer nur dann gemacht, wenn wir Dings hatten, ne? Äh, hier. Ähm, Dings halt. Blaue und schwarze Herzen und nicht rote. Ups. Ups, ups, ups. Das war unklug. Wie viele Räume haben wir noch? Eins? Zwei. Sollte zum Aufladen reichen. Ach, du Scheiße. Ja, Mom. Ohne Head, ohne Treffer. Wird interessant. Oh, was? Wirklich? Wie soll ich denn an den rankommen? Oh, ne. Was ist das denn für ein Arsch? Scheiß Zeug. Ohne ihn zu sprengen. Ja, toll. Und jetzt spreng ich ihn doch weg. Nein, nicht mal. Du willst mich doch verarschen. Das war ja klar. Im Ende ist das Leben nicht weg. Hurray. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Zwei Hits. Zwei Hits. Nur noch. Nein. Ich brauch doch den Slowdown-Effekt. Und meine Energie brauchte ich eigentlich auch noch. Und ich krieg kein Herz mehr, ja? Arsch. Arsch. Arsch-Spiel. Arsch-Spiel. Was hat man da unten? Da war doch die Empress, oder? Habe ich dabei, ne? Ja, habe ich dabei. Bringt das überhaupt was? War das nicht Ohr von Babylon? Ja. Bringt mir gar nichts. Wenn wir ehrlich sind. Wenn ich die Augen nicht wegkriege, habe ich echt ein Problem. Danach könnte ich ja mit der Card Against Humanity relativ gut verhindern, dass sie mich mit lauter Kugeln beschießt. Nein, jetzt bin ich da reingelaufen. Das mit der Dead Cat war dumm. Ich hasse mich. Wie oft hatte ich jetzt eigentlich schon die Situation, hier mal mit einem Herzen nur zu besiegen, besiegen zu müssen? Ich weiß es gar nicht. Wir sind noch nicht bei The Lost. Ja, ich weiß mittlerweile, dass The Lost keine Energie hat. Was mache ich denn jetzt? So ein Käse. Wenn die scheiß Augen nicht wehren. Da bringt mal die Revenge Fly nix, weil die aktiviert sich ja gar nicht erst. Okay. Mist. Guckt euch an, wie die Revenge gleiche Schaden machen würde. Das war eine Scheiße. Nein. Nein. Ach man. Es tut mir leid. Der One ist wieder verkackt. Irgendwann lerne ich's. Irgendwann lerne ich einfach, was ich nicht darf. Heute nicht mehr. Ja komm, wir setzen uns halt jetzt ein. Das wollte ich eigentlich nicht jetzt machen. Boah, es hat sogar, der Eternal Collar hat sogar sie aktiviert. Der bringt's mir jetzt auch. Oh, was? Das bleibt noch? Gut zu wissen, dass die Kackhaufen bestehen bleiben. Scheiße. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.